Hallöchen Niddy und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, wir gehen nochmal in den Dungeon. Ich habe alles rausgeschmissen, ich habe sogar ein paar Tränke noch gemacht. Hab die auch gebunkert. Und wir gehen nochmal in den Dungeon, weil es ist abends, es ist nachts. Und das nutzt man glaube ich noch aus. Ich hoffe nur, dass wir nicht allzu sehr verrecken werden. Das wäre mir ganz lieb. Ja. So, dann gehen wir es an. So, der erste ist schon fällig, der zweite ist auch fällig. Sehr gut. Alter. Wie kann man das so nerven? Du Sauviech. Unglaublich. So. So. Zack. Und zack. Und zack. Du musst die Tür kaputt hauen. Da ist nix drin. Sehr gut. Ich schaue da unten aus. Ah, nix drin. So muss das ausschauen. So. Geh ein. Ungeheuerlich. Echt? So. So. Ungeheuerlich. Ungeheuerlich. So. 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 Zack, 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 zack. Ja, mit den Zweigen, zack, zack, zack. Na komm. Sehr gut. So, und weiter. Zack, zack, zack. Zack, zack. Sehr gut. Und den da oben. Boah, ey. So. Jetzt wieder am Drang saufen. Da war man gleich auch schon. Ja, müsst ihr euch so dranschen. Und tschüss. Und tschüss. Und hier lang. Und ich glaube, hier lang. Aha. Passt in der Hammer. Sehr, sehr gut. Passt in der Hammer ab. Und hier oben. Oh, wie schön. Ah, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Einmal heilen, bitte. Oh, ey, ey, ey. Sehr gut. Die hat sich alles geteilt. So. Oh, jee. Ja. Das war glück. Schade, einmal bin ich gegangen. Dann war die jetzt. Super, die hat nichts getroffen. Schön. Dann wechseln wir die Ebene. So. Wie viel Platz haben wir? Bisschen noch. Okay. Oh, man. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Die sittinger. Untertitelung im Auftrag des ZDF TV Schluck Wasser, echt. Okay, ich habe keinen Platz mehr. Kann man irgendwas vernünftig stapeln? Oder was loswerden? Das zum Beispiel. Das kann man loswerden. Genauso wie die Ranken. Die sind eigentlich auch nicht so. Aber Ranken sind auch nicht so wertvoll. Und kann man auch die beiden mitnehmen. Und die tun wir da hin. Da waren wir schon wieder voll. Ja, können wir schon wieder abhauen eigentlich. Dann hauen wir ab. Vielleicht haben wir Glück, es ist noch nicht zu spät. Da können wir nochmal rein. Ja. Ich glaube, es ist Tag. Gut, bevor ich es nochmal vergesse. Schaue ich gleich, ob wir hier die Stadt erweitern können. Ja. Sehr gut. Da ist er. Sehr cool. Können wir den zweiten auch? Ja, warum eigentlich nicht? Ja. Sehr, sehr gut. Super. Ah, da kann man Items kaufen, okay. Ähm, Shop. Wie viel kostet die? 20.000. Das Bett wäre super. Ein besseres Bett. Ja. Gut, dann sind wir jetzt pleite. Sehr gut. Passt. So, was gibt's Schöneres? Jetzt gehen wir mal shoppen, ne? Also Shoppen. Das ist falsch. Jetzt gehen wir zu unserem Shop. So muss ich sagen. Äh, so. Vollmachen. Vollmachen. Da auch. Da. So. Stoffelein. Die da. Passt. So, dann können wir den Rest holen. Zack. Ich nehme alles mit, was geht. Ich glaube, da tauscht lieber das Item aus, gegen das da. Aber kann ich noch irgendwas stapeln? Hm, hm. Doch, hier. Das geht schon mal. Dann haben wir noch viel was Platz. Nehmen wir noch mal Heiltränke für den Pfeil. Pfeil. Für den Pfeil. Das. Für den Pfeil. Für den Pfeil, dass Helden kommen. Ach so, aufs Ding über, da kann ich nicht zugreifen. Dann lassen wir das mal. Gut. Dann eröffnen wir wieder den Laden. Reinspaziert. So. Kann man zentral stehen. Für den Fall, dass die bekommen. Oh, ein Held. Okay, das Buch ist zu teuer. Ja. Ja. Na. Okay. Gehen wir runter auf. 2000. Jetzt muss ich kurz nachschauen. Das andere Buch war weiter oben. Was das jetzt im Endeffekt ist, die 2000, ob das jetzt ein guter Preis war oder ob ich mehr geben dürfte. Das war sehr günstig, 3000 zu viel. Okay, dann wage ich 25. So, bitte, kauft's, kauft's, kauft's. Yeah. Danke. Jawohl, es läuft. Na, Gott sei Dank. Es läuft ja schon. Dann einmal den Heiltrank, äh, 130. Ähm, tatsächlich. Dann würde ich sagen, können wir noch 140 probieren. Ähm, was bist du eigentlich wert? 300 ist ein Schnäppchen, okay. 400. So, danke, danke. Sehr gut, der Held nimmt seinen Heiltrank. Danke. Also, es ist 140, noch ein guter Preis. Habe ich dich erwischt. Du Gauna. Oh, hoppala. Ähm, so. Soll nicht möglich sein, oder? So, es ist 130, ein guter Preis. Natürlich. So, gern geschehen. Ferti. Dum, 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 dum. Ja, wobei, Stoff ist sehr viel wert. Ah, das mag sie nicht. Oder hast du es jetzt genommen? Ja. Okay, zwei, das ist zu viel. Vielen Dank, ja. Da unten. Da, Platz. Mann, ey, verdrücken wir mal. So. Was gehen wir dafür? Ich würde sagen, fangen wir auch mal mit 5000 an. Yeah. Aha, das ist grantig. Gehen wir runter auf zwei. Wow. Hab ich. Du Schuft. So, und so. Danke fürs Warten. Okay. Ich hab mich anders entschieden. Ich werd den da auch auf 2500 ansetzen. Ist gar nicht besser. Hm. Mhm. Hm. Ähm. So. Das ist, glaub ich, gut. Bam, bam, bam. Dam, 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 dam. Sehr gut, sie nimmt das. Das ist schön. Dankeschön. So. So. Dann wieder Eisen. Oh. Hm. Was? Hey. Meh. Oh, aber ich mein, 11.000 haben wir verdient. Das ist gut. Meh. Schade. Ist sich nicht alles ausgegangen. So. Dann hauen wir das alles wieder weg. So lange sind wir da übervoll, hm? Ja. Dann sollten wir vielleicht mal beim Schmied ein bisschen vorbeischauen. Rühren wir mal mit dem alten Knacker. Oh, Mann. Oh, Mann. Joka. Hat schon bessere Tage gesehen, als dein Großvater. Mondleid eröffnete. Kamen die Leute aus dem ganzen Land. Das war immer ein richtiges Gedränge. Ja, aber es müsste jetzt schon besser sein. Wir haben schon so viele Läden. Was soll's? Ich glaub's, wie's ausschaut. Können wir uns eigentlich nichts, nicht wirklich was leisten. Der wird ja fast gehen zum Speer. So ein Boom wäre mir wahrscheinlich auch lieb, mal aus der Ferne angreifen zu können. Egal. Tränke. Hau ich nur mehr ein, der muss reichen. Aber das neue Bett scheint sich wirklich bezahlt zu machen. Wir haben jetzt 50 Leben mehr. Fürs erste halt, ne? So, lieber Dungeon, da sind wir wieder. Weggesaugt. Ich sollte jetzt vielleicht einmal die Materialien fürs Waffen aufbauen, ausbessern, ähm, nicht mehr sparen. Und nicht immer alles verscherbeln. Soll ich wirklich mal bei den wertvollen Sachen bleiben. Wow. Er hat uns gerettet. Danke. Sehr gut. Passt er es auch hin. Sehr gut. Und da haben wir wieder kaputtes Schwert und Gießerei. Dann ist es auch hin. Und da ist es. Alter. es liegt wirklich und haben wir da etwas ist da vielleicht irgendwas Nein. Ach, die haben immer so komische Geräusche. Das ist, glaube ich, nix. So. Fiech, du bist lästig. Echt. So. Ja. So, ich will auch noch nachschauen, da sind wir mit nix drin. Alter, weiß ich schon, opa, da muss drüge raus, so. Da muss ich hin, da muss ich hin, la, dam, dam. Was, der hat Watsch bekommen. Ja, ist gut. Unschädlich. Das ist jetzt aber super, komm. Das muss ich schon sagen. Passt. Einmal erstmal, bitte. So. Dann würde ich sagen, gehen wir raus. Aha, der braucht man. Der brauchen wir noch nicht. So. Oh, Mann. Gut, ja. Und zack. Sehr gut. Und das haben wir hier drin. Stoff und wieder diesen Weißdingens da, ne? Weißstein. Was? Ah, je, mini. Oh, je, mini. Zack. Immer hast du jetzt ein Zweig gleich mal, oh, hoppata, gleich mal, ähm, Geld. So. Sehr fein. Oh, ein Buchschul wieder. Welches denn? Welches denn? Ich darf nicht schauen. Welches haben wir denn hier? Wieder die Golem Fever. Die ist super. Das ist schön. So, meine Frage. Sind wir hier schon fertig? Nein, eigentlich nicht. Wie angenehm. So. Einmal noch runter, dann gehen wir jetzt rüber. Na? Mein Stern will jetzt nicht. Jetzt haben wir noch mal die Golem Fever bekommen. Was? Wie? 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 Schön schauen, dass ich am Leben bleibe Das wäre jetzt echt ungut wenn ich da jetzt krepieren würde Wow Fertig, oder? Wie viel Platz haben wir? Daran hätten wir noch einen Jetzt sollte man es fast riskieren Schauen wir es uns an Ich hoffe, dass ich nicht verrege Das wäre mir sehr unangenehm So Ja War klar Passt, aber das hätten wir schon mal Das war Glück Okay Ah, da war leider schon jemand, glaube ich Aber es ist gut gegangen Man möge es nicht glauben Ja, Vorsicht Ich wollte hier eigentlich noch schnell Und einmal zurück wollte ich noch schnell schauen, ob hier ein Geheimnis ist Ja, das ist tatsächlich eins Aber wie kann das sein? Muss ich vielleicht eine Opfergabe reingeben? Tatsächlich 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 Wir haben doch einen Trank, ne? Ah Ah Okay, ich glaube das Ja Das lief gut Aber ich glaube weiter sollte jetzt nicht mehr gehen Hä? Das war immer noch nicht richtig Was wäre hier noch zu machen? Keine Ahnung Ich will ehrlich gesagt nicht weiter, weil ich werde da garantiert verrecken Also hau mal ab Was es mit diesem Fragezeichen da auf sich hat, bin ich mir echt nicht sicher, habe ich keine Ahnung Na ja Aber wir gehen zur Stadt Ich will ehrlich gesagt, die Bücher und so nicht verlieren Ich glaube jetzt hatten wir zwei oder so, ne? Hm Die will ich halt sicher nicht verlieren So, es wäre wieder Tag Ähm Kann man das jetzt Tatsächlich Cool Das können wir auch noch aufpimpen Da geht nix Ähm Da ist eigentlich auch nix So So Genau Sollten wir Hm Für die Helden habe ich gedacht, ne? Eisen werde ich jetzt mal ein bisschen zurücklassen. Ich habe ja gesagt nie so eine Ahnung, was man braucht. Ich lasse das mal so ein bisschen zurück, ne? Ach, was soll der jetzt? So, dann können wir das nehmen. Da haben wir auch recht viel. Da haben wir viel. Das da. Das da. Ich glaube, das passt. Zum Verkaufen. Ja. Jetzt müssen wir schnell in den Spiegel schauen. Ja, kann man lassen. Aber ich glaube, wir werden erst im nächsten Part wieder verkaufen. Das geht jetzt gerade so gut aus mit der Zeit. Na gut, ihr Lieben. Das war es dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.